Junge, lasst mal diese Arbeit, Digga. Heute machen wir genau das Sucuk-Toast. Wir haben keine Toast-Makina. Je nach meinem Alltag im Büro gefragt hat, bitteschön. Ich bin losgegangen, hab eine Toast-Makina geholt. Daraufhin war ich kurz bei Zara, weil ich aber gar keine frischen Klamotten mehr hatte. Zara holt es durch. Dann waren wir wieder im Büro und haben auf Pedras 8.000 Euro Tisch einfach den Toast gemacht. Und währenddessen hat er uns geschrieben und meinte, gib mal bitte meine Urus ab. Also sind wir losgegangen. Mein Liebling wurde foliert. Chirurgie. Chirurgie, genau. Also dann da war dann die Abis noch ein bisschen was am Auto zu tun. Also haben wir da gechillt und gewartet. Und dann sind wir auch schon wieder losgefahren von da. Das Erste, was ich natürlich gemacht habe, ist wieder schön geknattert. Und war dann im Büro, von wo ich mich auch wieder auf dem Weg nach Hause gemacht habe. Zu Hause angekommen, wieder an. Fortnite. Das ist mein wunderschöner Controller. Ich hasse Sachen anzuprobieren im Laden, deswegen hab ich es einfach gekauft. Nein, die fühlt mich schon eher. Ich kann bei der Maske die Augen fahren. Ah, den Ferrari haben wir voll mit Vogelkacke zurückgegeben. Eigentlich war der echt schon cool. Der Schlüssel sah aus für ein Feuerzeug, aber für den Preis sind es wirklich bessere Autos. Ich hoffe, meine Vlogs gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr folgen würdet.